Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chela und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es um eine Gläwe, die wir als Demon Hunter uns erspielen können, wo so ein kleines Rätsel mit verbunden ist. Und ja, die Gläwe hat noch einen kleinen Special-Effekt. Wie das Ganze aussieht, werde ich euch am Ende zeigen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie wir das Ganze bekommen können. Als allererstes braucht ihr einen Demon Hunter und da müsst ihr einmal in das neue Gebiet aus Patch 10.2, das macht Grüne Traum. Und hier sind wir auf den Koordinaten 5061 und jetzt müssen wir mit einem Nachtelfen quatschen. Der steht hier in der Nähe vom Lager hier oben. Und zwar Landeron Tollfesszorn. Und der hat eine Geschichte für uns. Ich werde das jetzt nicht alles euch einmal vorlesen, da könnt ihr euch selber die Lore angucken. Aber als allererstes müssen wir mit dem einmal quatschen. Und sobald wir mit dem gequatscht haben, können wir dann an den nächsten Spot weiter. Als nächstes müssen wir dann einmal nach Legion und zwar zu den verhärten Inseln. Und hier haben wir die verhärte Küste und da sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 72, 41. Und dort hat jetzt auch die Artefaktwaffe vom DH gespielt. Und hier müssen wir einmal nach unten reinfliegen und wir müssen da was anklicken. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich es finde. Hallo. So wie das aussieht, müssen wir quasi direkt an dem Bogen hinlaufen und dann hat bei mir so ein Dialog begonnen. Beziehungsweise da war noch ein anderer Demon Hunter. Ich vermute, ihr müsst da gar nichts anklicken, sondern einfach nur dran stehen. Der Dialog ist jetzt bei mir durchgelaufen und jetzt können wir eigentlich schon direkt an den nächsten Spot ran. So, den nächsten Spot, wo wir hin müssen, ist einmal Walshara. Und da müssen wir jetzt hier auf die Koordinaten 51, 57. Und wenn wir da reinfliegen, haben wir hier die zweite Erinnerung. Die hockt da wieder. Wir laufen einfach ran und dann gehen hier wieder die Dialoge los. Also beim anderen war es anscheinend auch so. Da war bei mir blöderweise nur ein anderer Spieler, der es halt vor mir getriggert hat. Und sobald wir uns quasi den Text hier angehört haben, müssten wir eine Kiste kriegen und da müsste dann unsere Kleve drin sein. Kleine Zusatzinfo. Anscheinend kann man am Ende auch nochmal zurück zu ihm nach Walshara gehen. Und da ist es dann so, dass man nochmal einen Zusatztext hat. Heißt, wenn ihr diese ganzen Dialoge sehen wollt oder euch die durchlesen wollt, dann könnt ihr da nochmal ein bisschen was extra haben. Gut, wir können jetzt hier mit dem quatschen und dann einmal die Kleve looten. Und seht ihr, da haben wir einen T-Mog mehr. Und das ist auch tatsächlich Item Level 441, also gar nicht so schlecht tatsächlich. Und jetzt müssten ein paar Spells extra Effekte haben. Waren wir sie, jetzt ziehen wir die mal in die Mainhand. Also da steht jetzt zwar nichts drauf, aber ich habe gelesen, wenn ich jetzt hier das einsetze, den Sprung, seht ihr, dann kommen jetzt so Blumen raus. Und beim Fellrush müsste das auch sein. Also quasi bei unseren Movement Abilities haben wir jetzt immer diese Blümchen mit dabei. Ist ein ganz netter Effekt. Tatsächlich steht es jetzt hier nicht explizit drauf, dass es so einen extra Effekt hat. Aber genau. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Wie gesagt, wenn ihr noch ein bisschen extra Lore lesen wollt, dann geht er jetzt nochmal zurück nach, ähm, hier, wie heißt es, Markgrüner Alp, ne, es ist Markgrüner Traum, so rum. Wieder zu dem NPC. Und dann hat er nochmal einen extra Dialog. Dann könnt ihr nämlich von eurer ganzen Reise erzählen. Also wieder hier nahe Amir Drassil. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Gläven Guide. Hat mich gefreut, dass er beiwart. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt mir gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.